So und das ist Ramona. Ramona ist eine Schäferhund-Omi und sie wartet hier im Albert-Schwarzer-Tierheim in Freiberg auf eine neue Familie. Sie ist etwa 10, 11 Jahre alt, wurde in einem ganz schlechten Zustand hier abgegeben, musste auch notoperiert werden. Aber jetzt ist sie fit und wir suchen eine Familie. Sie kommt mit allem klar, sie mag Kinder, sie ist auch soweit noch fit, kann noch ordentlich spazieren gehen, will aber natürlich keine riesen Spaziergänge mehr machen. Sie ist fröhlich, sie ist freundlich und wir suchen einen für immer zu Hause. Und sie ist ein kleines Spaß. Also, wenn Sie sich Ramona interessieren, meldet euch hier im Tierheim in Freiberg.